Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich auch ganz herzlich bedanken, zunächst einmal bei Herrn Baudach, dass er mich hier eingeladen hat, hier sprechen zu dürfen. Erstens einmal, dass man überhaupt mal widersprechen darf, dass man einen Vortrag halten darf. Das war in den letzten zwei Jahren ja kaum einmal möglich. Zweitens, dass es hier in diesem Rahmen geschieht, wo ich ja auch schon mehrfach gewesen bin, auch schon als Zuhörer, aber auch als Vortragender. Das ist immer ein sehr schöner Rahmen hier gewesen und hat mir immer viel Spaß gemacht, hier zu sein. Und drittens schließlich auch, weil ich mal wieder über meine alte Freundin Amalia Schoppe sprechen darf, die mich schon 30 Jahre lang eigentlich begleitet, mal sehr intensiv, mal weniger. Aber ja, also ich fange erst mal an mit einem Zitat aus den Tagebüchern Warnhagens. Als ich eben ausgehen wollte, kam Herr Dr. Friedrich Heppel, weißhaarig, blauäugig, norddeutsch, schwungvoll und nachdrücklich redend, mit bezeichnenden Gebärden, eine merkwürdige Erscheinung. Der Mann gefiel mir auf den ersten Blick und mit jedem Worte, das er sagte, gefiel er mir mehr. Wir sprachen zuvörters über die öffentliche Lage der Dinge über Österreich-Preußen und stimmten außerordentlich überein. Es tat mir wohl, ein Mann so freien Geistes, so mutigen Herzens, so weiten Überblicks zu hören, über Amalia Schoppe mit indiger Teilnahme und Achtung. So notierte am 19. Juli 1851 in Berlin Karl August Farnhagen von Ense in sein Tagebuch, der berühmte Mann einer noch berühmteren Frau, Rahel Farnhagen, im 19. Jahrhundert allgemein nur Rahel genannt, die große romantische Briefschreiberin und Salon-Dame. Hebel seinerseits begleitete seine Frau auf einer Gastspielreise nach Berlin und nutzte die Gelegenheit, sich Farnhagen vorzustellen. Eigentlich ist es überraschend, dass die beiden so gut miteinander auskommen, denn persönlich haben sie kaum etwas gemein. Der eine ist zu diesem Zeitpunkt 66, der andere 38. Der eine ein eleganter Salondiplomat, der andere ein aus bitterster Armut stammender Dramatiker. Doch trotz aller Unterschiede verstehen sie sich an diesem Tag blendend, weil sie sich beide in einer kulturellen und politisch beengten Welt geistige Freiheit bewahrt haben und weil sie eine gemeinsame Bekannte haben. Zwischen all den politischen Tagesaktualitäten, die Warnhagen und Hebel verhandeln, sticht der Name Amalia Schoppe seltsam heraus. Und fast noch mehr sticht ins Auge, dass Hebel mit inniger Teilnahme und Achtung über sie gesprochen habe. Jeder, der nur oberflächlich mit Hebels Biografie vertraut ist, weiß, welche Rolle die Schriftstellerin in seinem Leben gespielt hat. Dass sie es war, die ihn 1835 mithilfe eines kleinen Stipendiums nach Hamburg geholt und dadurch möglich gemacht hatte, dass aus dem Wesselburner Schreiber der Dichter, Dramatiker und Tagebuchschreiber wurde, den wir kennen. Jeder, der so viel weiß, wird sich aber auch erinnern, dass die Beziehung fünf Jahre später in Streit und Zank endete. Mit einem Knall sozusagen und einem memorial genannten Abrechnungsbrief vom 25. Mai 1840, der in Hebels kritischer Briefausgabe stolze 16 Seiten einnimmt. Zorn und Erbitterung auf beiden Seiten. Man lebte in der gleichen Stadt und ignorierte sich doch über Jahre hinweg, verkehrte nicht mehr in den gleichen Häusern und mit den gleichen Bekannten. Nach einem solchen Bruch und solchen Verletzungen, die man sich gegenseitig beibringt, scheint es unmöglich, dass es je wieder einen Kontakt gegeben haben könnte. Dennoch war es gerade der stolze und unversöhnliche Hebbel, der Jahre später, ohne dass er es wirklich nötig gehabt hätte, wieder die Hand zur Versöhnung ausstreckte. Was nun Warnhagen angeht, so kannte er die Schoppe seit 1809, als sie noch Amalia Weise war, eine junge, 17-jährige Hauslehrerin in Hamburg. Ungewöhnlich gebildet, ungewöhnlich reif und ungewöhnlich selbstständig. Eine merkwürdige Erscheinung, die jedem auffiel, weil sie stark abstach von den üblichen, wohlerzogenen jungen Damen der Zeit, die nur ein bisschen sticken, ein bisschen singen und ein bisschen gut aussehen mussten und ihre Tage damit verbrachten, auf eine Gelegenheit zur Heirat zu warten. Sie war mit Warnhagens Schwester Rosa Maria befreundet, die 1816 den jüdischstämmigen Arzt David Assur heiratete, der sich nach seiner Taufe Assing nannte. Derselbe Assing, der 1839 den aus München zurückgekehrten und an Lungenerzündung erkrankten Hebel behandelte und ihm buchstäblich das Leben rettete. Hebel und Warnhagen, zwei Männer aus zwei verschiedenen Generationen und zwei verschiedenen literarischen Epochen, gänzlich verschiedenen Charakters, Temperaments und Talents, beide aber einig in dem Respekt für eine Frau, die sie zu gänzlich verschiedenen Zeiten ihres Lebens gekannt haben und von der beide wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt, dass sie sich über sie unterhalten, mitten auf dem Atlantik schwimmt, unterwegs in Richtung Amerika. Sie hatte sich am 1. Juli 1851 in Hamburg an Bord der Franklin eingeschifft und kam sieben Wochen später in New York an. Zitat, es duldet mich nicht länger in dem verwitterten und verfaulten Europa und mit den letzten Atemzügen will ich die Freiheit in mich einsaugen, für die ich lebte, strebte und litt, schrieb sie an Justinus Kerner, den des schwäbischen Arzt, Spiritisten und Dichter, einen weiteren Freund aus Jugendtagen. Ihre letzten Atemzüge würde sie in der Tat in Amerika tun, in der Stadt Schenectady im Staat New York und der Grabstein auf dem dortigen Wales Cemetery zeigt ihre Lebensdaten, 9. Oktober 1791 bis 29. September 1858. Der Ruhm der einstigen Erfolgsschriftstellerin verblasste bald und nur die Rolle, die sie in Hebelts Biografie spielt, sicherte ihr ein kleines Stückchen Unsterblichkeit unter einige Zeilen in den Enzyklopädien. Dass sie aber doch mehr war als die gutherzige, wenn auch filiströs beschränkte Gönnerin des jungen Hebel, wie es bei Gödecke heißt, verriet nur ein genauerer Blick auf dieses Frauenleben zwischen Aufklärung, Romantik, Biedermeier und Realismus. Ich selber komme ja auch von Hebel hier, stieß auf den Namen Schoppe zum ersten Mal, als ich in den Jahren 1987 bis 1990 an meiner Dissertation über Hebel arbeitete und entdeckte damals im Hebel-Museum die ersten Briefhandschriften der Schriftstellerin, von denen ich im Laufe der Jahre so viele aufspürte und transkribierte, dass ich einen dickleibigen Band daraus zusammenstellen konnte, der 2008 erschien. Ich habe übrigens drei Exemplare mitgebracht, die Sie dort sehen, aber das sind richtige Ziegelsteine da. Auf diesen Forschungsarbeiten beruht also auch mein heutiger Vortrag. Das Leben der Amalia Schoppe war innerlich wie äußerlich ein ständiges Schwanken zwischen den Extremen, zwischen Armut und Reichtum, zwischen Behütetsein und Unbehaustheit, zwischen der Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft und der völligen Enttäuschung solcher Hoffnungen, zwischen filistruöser Bürgerlichkeit und existenzieller Heimatlosigkeit, zwischen nüchternem Rationalismus und ausschweifender Empfindsamkeit, zwischen ungeheurer Willenskraft und völliger Verzagtheit, zwischen skriptomaner Arbeitswut und resignativer Selbstkritik, zwischen Auflehnung, Gegen- und Anpassung an die Grenzen, die einer Frauenexistenz im 19. Jahrhundert gesetzt war. Im Ganzen eine ständige Gratwanderung auf einem sehr schmalen Pfad und nicht ohne Abstürze in die eine oder andere Richtung. Nach ihrem Tod schreibt Ottilie Assing, Tochter der lebenslangen Freunde Rosa Maria und David Assing, einen Nachruf, der von warmherziger, beinahe schon kindlicher Sympathie gekennzeichnet ist und ihren Charakter vielleicht am besten umschreibt. Allerdings auch erklärt, warum sie in den Urteilen der Zeitgenossen bewundert viel und viel gescholten wird, um mit Goethes Faust zu sprechen. Zitat Ihr ganzes Wesen war gleichsam in großen, weiten Umrissen angelegt und alles in ihr war unmittelbar frisch und ursprünglich. Güte und Wohlwollen waren hervorstechende Züge in ihr und zwar eine tätige, ausdauernde und aufopfernde Güte, welche sie vor keiner Anstrengung zurückschrecken ließ, wenn es in ihrer Macht stand, anderen hilfreich zu sein. Obgleich einzig auf sich selbst angewiesen und mitunter im Kampf mit den Verhältnissen begriffen, gelang es ihr öfters denen, an welchen sie Interesse nahm, durch Rat und tätigen Beistand entscheidende Dienste zu leisten. Ihr praktischer Sinn, ihre Umsicht und Energie ließen sie in vielen schwierigen Fällen Rat und Hilfe finden und Menschen aus allen Klassen der Gesellschaft nahmen häufig Zuflucht zu ihr. Gut, arglos und vertrauensvoll, wie sie war, außerdem von der Natur zum Enthusiasmus geneigt und leicht gewonnen, ist es kein Wunder, dass ihre Güte häufig genug missbraucht und mit Undank belohnt wurde und dass sie mitunter in Misshelligkeiten in Menschen geriet, welchen sie die größte Hinwendung bewiesen hatte. Von feindlich Gesinnten wurde ihr dies häufig als Unbeständigkeit und Charakterlosigkeit ausgelegt, jedoch sehr mit Unrecht. Denn allen echten Freunden, die ihrer Liebe würdig waren, bewahrte sie durchs ganze Leben eine warme, unwandelbare Zuneigung. Und in jenen Fällen, wo später Zerwürfnisse eintraten, waren sie gewöhnlich nur die natürlichen, unvermeidlichen Folgen zu rasch gefassten Vertrauens. Soweit dieses Zitat. Heppel hatte, nachdem einige Jahre vergangen waren, wohl auch kein ganz reines Gewissen ihr gegenüber, sodass er ihr 1848 einen Versöhnungsbrief schrieb und sie im Sommer 1850 persönlich in Hamburg besuchte. Wie immer sei sie gewesen, notierte er knapp in sein Tagebuch, worunter man sich nichts oder alles denken kann. Im selben Sommer war übrigens auch Warnhagen in Hamburg. Die beiden Männer hätten sich also schon damals dort begegnen können. Warnhagen lief in Sturm und Regen den weiten Weg zu Amalia Schoppe auf dem Stadtteich und fand sie in edler Gesinnung und segensvoller Tätigkeit, wie er an Kerner schrieb. Soviel zum allgemeinen Charakterbild Amalia Schoppes. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über ihr Leben versucht werden, ohne auf allzu viele Abwege zu geraten, was bei der Reichheitlichkeit des zur Verfügung stehenden Materials allerdings schwer durchzuhalten sein wird. Emerentia Katharina Amalia Sophia Weise wurde am 9. Oktober 1791 in Burg auf Fehmarn geboren. Als erstes Kind eines aus Thüringen stammenden Arztes, der mit 19 Jahren promoviert und mit 21 geheiratet hatte. Der Geburtsdame der Mutter ist Hammer, daher kann ich nicht gut am Moss sein, wie sie einmal selbstbewusst bemerkte. Die Angehörigen gehörten alle zum gebildeten, aufgeklärten Bürgertum und waren geistliche Juristen oder Verwaltungsbeamte. Der Vater war die zentrale Figur ihrer frühen Kindheit, die erste und vielleicht größte Liebe ihres Lebens. Zitat Es konnte wohl kaum ein glücklicheres Kind geben und gewiss nie ein geliebteres, als sie war. Auf alle Weise durfte sie sich regen und bewegen und wie es ihr vergönnt ward, ohne Furcht wegen eines zerrissenen oder beschmutzten Kleides die kleinen Glieder im Springen und Klettern zu üben, so durfte sie auch frei die geistigen Fühlhörner ausstrecken und jede Frage wurde ihr mit Liebe von dem herrlichen Vater beantwortet. Immer war dieser bemüht, sie zu belehren, zu erfreuen. Auch war ihr leibliches wie ihr geistiges Gedeihen außerordentlich. Alle ihre Kräfte wurden gleichmäßig geübt. Sie durfte auf dem Baum so hoch hinaufklettern, als sie es vermochte. Sie übte unter der Aussicht des Vaters sich im Schwimmen im Meere. Sie machte an seiner Hand weite Wege, ohne müde zu werden. Sie konnte den stärksten Frost vertragen und die brennendste Sonnenhitze. Sie war nie krank, nie verstimmt. Sie war ein glückliches Kind. Soweit dieses Zitat. Der frühe Tod des über alles geliebten Vaters 1798 muss für das Kind traumatisierend gewesen sein. Mit dem Glück ist es vorbei und die nächsten Jahre bringen Armut, Hunger und geistige Verwahrlosung. Die Mutter kann sie nicht bei sich behalten und gibt sie an einen entfernten Verwandten in Hamburg. Ein Onkel, der sich als verlotterter Säufer und Lüstling entpuppt. Das wahre Zerrbild eines Aufklärers, der das Kind nach den Methoden aus Rousseau's Emil erziehen will. Zitat. Der Anfang wurde mit allen Arten von Abhärtung und Entbehrung gemacht. Sie wurde in strengen Wintertagen mit bloßen Füßen in den Schnee hinausgeschickt und musste stundenlang im Hofe verweilen. Hut, Handschuhe und warme Bekleidung wurden als Luxus verbannt. Eine Pferdedecke, die auf der Erde ausgebreitet war, diente ihr zum Lager und eine zweite bedeckte sie, ohne ihrem Winter gehörigen Schutz gegen die Kälte zu gewähren. Statt des erwarteten Mittagsmahls wurde ihr oft ein Fasten verordnet und abends und morgens ihr überdies die Nahrung so karg zugemessen, dass sie oft den grimmigsten Hunger fühlte. Doch nicht nur ihr Körper sollte abgehärtet, sondern auch ihr Geist sollte es werden. So sperrte ihr Peiniger sie oft bei einem heftigen Gewitter in einem am Ende des großen Gartens gelegenen Lusthause, man wohnte in einer der Vorstädte Hamburgs, ein, als sie sich einmal bei einem überaus heftigen Donnerschlag erschrocken gezeigt hatte. Das war jetzt übrigens eine Passage aus der autobiografischen Schrift Clementine, wo sie über sich selbst in dritter Person spricht. Die ist also auch in diesem Band enthalten, den Sie herausgebracht haben, ist auch in dem Band drin, den ich da herausgegeben habe. Also das ist schon eine sehr spannende Jugendgeschichte. Vier Jahre musste sie unter solchen Verhältnissen aushalten, bis endlich die Mutter sie wieder zu sich nimmt. Diese hatte bis dahin als Haushälterin bei einem reichen Kaufmann gedient. Doch erst als der ihr einen Heiratsantrag machte, sah sie die Chance, ihre Tochter aus dieser schrecklichen Lage zu befreien und nahm wohl ihr deshalb als aus Liebe an. Infolgedessen war Amalia nun aus der drückendsten Armut in den unermesslichsten Reichtum katapultiert, den ein hanseatischer Patrizia-Haushalt um 1800 aufbieten konnte. Sie hat es der Mutter nicht gedankt. Für sie war diese zweite Heirat ein Verrat am überschwänglich verehrten Vater und sie weigerte sich hartnäckig, den Stiefvater mit Vater anzureden. Die Leidenszeit bei dem Onkel hatte sie frühzeitig erwachsen gemacht und statt sie zu zerbrechen, ihr Selbstbewusstsein nur umso mehr gestärkt. Das zeigte sich, als nach wenigen Jahren des Wohllebens der Stiefvater verarmte. Es war das Jahr 1806. Hamburg wurde von den Franzosen besetzt und in das System der napoleonischen Kontinentalsperre eingegliedert. Für eine Handelsstadt, die traditionell mit England verbunden war, eine Katastrophe. Ohne jemanden zu fragen, besorgte sich die eben 15-jährige Amalia eine Stelle als Hauslehrerin und erklärte den bestürzten Eltern, sie werde von nun an für sich selbst sorgen. Und sie konnte es. Einige Zeit vor der finanziellen Katastrophe des Stiefvaters, noch nicht ganz 14 Jahre alt, lernte sie ihren späteren Ehemann kennen, den vier Jahre älteren Friedrich Heinrich Schuppe. Erst nach ihrer Heinrath wurde der Name Schuppe geändert und wurde bald mir irritiert, als geschmeichelt gewahrt, dass der junge Mann in hellen Flammen für sie brannte. Nachdem die Familie verarmt war, wurde sein Werben sogar noch eifriger, fordernder und aggressiver, denn nun war er nicht mehr dem Verdacht ausgesetzt, nur eine gute Partie machen zu wollen. Sie gab schließlich seinem massiven Drängen nach und verlobte sich heimlich mit ihm. Eine Verbindung, die nach damaligem Verständnis und ihrem eigenen protestantischen Pflichtethos genauso fest und unlösbar war wie eine wirkliche Ehe. So dass sie sich selbst dann, als sie sich einige Jahre später ernsthaft verliebte, in wen hat sie die Etät voll verschwiegen, diese Liebe glaubte unterdrücken zu müssen zugunsten einer Verbindung, die sie selbst immer nur als ein Unglück bezeichnet hat. Es fällt schwer, sich in eine Zeit und eine Moral hineinzuversetzen, die ein junges Mädchen zwingt, sehenden Auges in ihr Verderben zu rennen. Aber es war eben die Moral einer Männerwelt, die es den Frauen unmöglich machte, eine selbstständige Entscheidung zu treffen. Umso mehr, wenn sie diese Moral schon völlig verinnerlicht hatten und sich gleichsam gezwungen sahen, der richtigen Gesinnung wegen das Falsche zu tun. Dass einer unter solchen aus Spizien geschlossenen Ehe kein Glück beschieden war, auch wenn ihr drei Söhne entsprangen, kann man sich leicht vorstellen. Wir können eine lange, schmerzhafte Ehegeschichte kurzfassen, wenn wir aus einem späteren Brief Amalias zitieren. Die Kriegsjahre 1813, 14 raubten mir den Gatten, der mit meiner Bewilligung in den Befreiungskrieg zog. Ich musste mit dem eben geborenen Karl flüchten, da der Gatte am französischen Gerichtshof für eine angesehene Stelle bekleidet hatte und jetzt als Feind den Franzosen gegenüberstand. Meine Heimat, also Fehmarn, nahm mich, die Mutter, den Halbbruder und Mariannes Schwester auf. Ich ernährte alle durch Unterricht geben. Erst 1817 konnte der Gatte, dessen Leib den Gefahren entronnen war, mich und sein Kind zurückrufen. Das wilde Kriegsleben hatte mir aber seine Seele entfremdet und ich erkannte ihn nicht wieder. Schrecklich war der Kampf, den der Unglückliche gegen die ihm angebildeten Laster kämpfte. Seine Reue, seine Selbstverachtung, das Furchtbarste, was ich erlebt habe. Ein feiles Geschöpf gewann endlich sein Herz gänzlich. Er verließ mich und unsere drei Kinder, die ich jetzt vom Ertrage meiner Schriften ernährte. Später konnte ich ihn noch unterstützen, als er mich um Hilfe bat. Er hat trotz seiner Verehrungen nie aufgehört, mich zu lieben, zu achten. Seine Buhlerin musste sogar seltsam genug meinen Vornamen annehmen. An seinem 40. Geburtstag, dem 7. Juli 1829, ging er heiter und glücklich zur Elbe, um, was er im Sommer täglich tat, zu baden. Und vor den Augen des Knaben, der seine Kleidung am Ufer bewachte, erfasste ihn ein Krampf und zog ihn in die Tiefe hinab, die ihn nie wieder gab. Seine Bätresse brachte mir die Todesbotschaft. Er hatte ihr an diesem Tage, der zugleich auch der Geburtstag meines verewigten Karls, also ihres Sohnes war, ein Fest veranstaltet. War es die Nemesis, die sich ihres Opfers bemächtigt hatte? Wie kommt es aber nun dazu, dass eine Hamburger Hauslehrerin zur erfolgreichen Schriftstellerin wird? Um das zu beantworten, müssen wir wieder einige Jahre zurückgehen in die Zeit vor den Befreiungskriegen, als in Deutschland die Romantik blühte. Die Romantik ist eine ausgesprochen gesellige Dichtung. Sie entsteht an bestimmten Orten, aus bestimmten Freundeskreisen. Und es ist diese Geselligkeit, dieser Umgang freundschaftlich verwandter Geister, die den Initialfunk umzündet und eine Bewegung in Gang setzt, die auch dann noch weiter treibt, wenn die Freundschaften sich schon gelockert haben und jeder seine eigenen Wege geht. Daher kommt es, dass man die Romantik meistens nach Orten oder Landschaften bezeichnet, an denen diese Freundeskreise sich konstituiert haben. So gibt es die Jena-Romantik um Novalis und die Brüder Schlegel, einige Jahre später die Heidelberger Romantik um Arnim, Brentano und Eichendorff, eine Berliner Romantik sogar in zwei Generationen, nämlich kurz vor 1800 in Gestalt der Jugendfreunde Tieg und Wackenrode und circa 15 Jahre später um E.T.A. Hoffmann, Chamisso und Warenhagen, ganz abgesehen von den Salons Deral und Henriette Herz. Schließlich bildete sich in Tübingen die schwäbische Romantik, deren Keimzelle die Freundschaft zwischen Ludwig Uhland und Justinus Kerner war. Eine Hamburger Romantik hat es nicht gegeben. Dennoch hat auch die Hansestadt zumindest einen kurzen romantischen Sommer erlebt. Der aus dem schwäbischen Ludwigsburg stammende Justinus Kerner hatte eben sein Medizinstudium beendet und kam im Mai 1809 nach Hamburg, um bei seinem Bruder Georg, der hier als Armenarzt angestellt war, ein Praktikum zu absolvieren. Er lernte dort den gleichaltrigen Assur bzw. Assing kennen und traf Farnhagen wieder, mit dem er sich schon im Jahr zuvor angefreundet hatte. Dieser brachte aus Berlin Adalbert von Chamisso mit und vermittelte die Bekanntschaft zu seiner Schwester Rosa Maria, die wiederum ihre um acht Jahre jüngere Freundin Amalia in den Kreis einführte. Man kann sich leicht vorstellen, wie ein solcher Umgang auf Amalia wirkte. Sie bezeichnete es später als unaussprechliches Glück, das Größte, welches ihr im Leben zuteil geworden ist. Sie war Mitglied einer Gruppe junger Menschen, die sich als poetische Widerstandsgruppe gegen eine trostlos prosaische Zeit verstand und in der es die üblichen gesellschaftlichen Barrieren zwischen Stand, Religion, Herkunft und Geschlecht nicht geben sollte. Man liebte, man hob, man trug, man beförderte einander, man ließ auch nicht das kleinste poetische Blümchen unbeachtet am Wege stehen und flocht alles in den schönen farbigen Kranz, den man zum Winden bemüht war, um die abgestandene Prosa der damaligen Zeit damit zu verdecken. Amalia war aber nicht nur die Empfangende in diesem Kreis, sie hatte auch selbst etwas zu geben und mehr als ihr vermutlich bewusst war. Die damals 17-Jährige musste in ihrer ungewöhnlichen inneren wie äußeren Unabhängigkeit eine faszinierende Erscheinung gewesen sein, insbesondere für den allen geheimnisvollen aufgeschlossenen Kerner. Das Wundermädchen nennt er sie in seinen Briefen an den daheimgebliebenen Uland. Zitat, es ist das wunderbarste Wesen, so ich je sah. Sie spricht über Musik, Poesie, Malerei wie ein Gott. Ich kann mir sie nie ohne Novalis denken. Und ganz ernsthaft macht der Uland den Vorschlag, ich bitte dich doch, die Rosa oder die Amalia zu heiraten. Soll ich nicht schreiben, dass die eine oder andere sich in Tübingen deswegen einfinden soll? Kerner selbst war schon seit langem mit seiner späteren Ehefrau Federike das Rickele, wie sie dann als Gastgeberin des Weinsberger Dichterhauses allgemein genannt wurde, verlobt. Aber auch Uland mochte sich auf eine solche arrangierte Ehe nicht einlassen. Schließlich wurde Amalia sogar zur poetischen Figur. 1811 erschienen anonym die Reiseschatten von dem Schattenspieler Lux, Kerners poetisierte Beschreibung seiner Reise durch Deutschland im Jahre 1809. Sicherlich sein bestes Werk und wohl auch das letzte große Romanexperiment der Romantik. Dort auf einem Schiff, das den Neckarstrom abwärts fährt, treffen wir sie überraschend wieder. Zitat Er war unter den Mädchen, aber war eines, welches mir wegen seiner fremden Mundart und eigenen Wesens bald auffiel. Es schien kein Landmädchen zu sein wie die anderen. Es war blau gekleidet und hatte ein schwarzes Band um das lange goldene Haar und die hohe Stirne und war, wie ich nachher erfuhr, von einer Insel der Nordsee, das verwechselt er hier, kam mir auch nicht anders vor, als wie eine Meerfrau so ungewöhnlicher Art war es. Die Identität dieses Mädchens mit Amalia hat Kerner selbst in einem Brief an Uland bestätigt. Das Wundermädchen hat nun einige Auftritte, in denen sie unter anderem eine poetische Beschreibung des Meeres liefert, für die Kerner teilweise eine Passage aus einem von Amalias Briefen nutzte, verschwindet dann wieder aus der Handlung und taucht erst am Ende des Buches wieder auf, um dann völlig ins mythisch Überhöhte hinauszuwachsen. In einem verwunschenen Garten in Nürnberg, der eigentlich in Hamburg gewesen war, wird sie zu einer Art Mischung aus antiker Seherin und deutscher Nixe. In einem der Laubgänge setzten wir uns nieder. Da hat das fremde Mädchen mir den Sterbetag all meiner Freunde gesagt, so wie den Tag, an dem der oder jener geboren und meinen Sterbetag. Schon meiner sprach ich, indem ich sie freundlich anblickte. Darum schlang sie mich mit einem Arme, mit der Hand des anderen, aber fuhr sie mir dreimal sanft über die Augen her. Die schlossen sich alsbald wie zum magnetischen Schlafe. Also so eine Art Hymnose ist gemeint. Als ich die Augen bald wieder mit Gewalt aufschlug, da sah ich das Mädchen nicht mehr und rief ihr auch vergebens durch den weiten Garten zu. Die Nacht war da, ich stand allein in dem verlassenen Garten. Schauer ergriff mich und eilend sprang ich durch die dunklen Laubgänge aus dem Garten ins Freie. Ein zahlloses Heer von Sternen ging durch den Himmel und ich fühlte mich nicht mehr allein. Ich dachte dem fremden Mädchen nach und der Worte, die sie zu mir gesprochen und so furchtbar sie auch war, so fing ich doch an, ein stilles Sehnen nach ihr zu fühlen. Bald nach Fertigstellung der Reiseschatten plante Kerner einen lyrischen Alma nach, in dem der Freundeskreis, auch wenn er inzwischen räumlich getrennt war, noch einmal zwischen zwei Buchdeckeln versammelt werden sollte. Urland übernahm einen Teil der redaktionellen Arbeit und nachdem man einige allzu blumige Titel verworfen hatte, nannte man das Ganze recht nüchtern, poetischer Alma nach für das Jahr 1812. Unter den Beiträgern waren neben einer Reihe heute völlig unbekannter Namen Chamisso, Fouquet, Hebel, Karl Mayer, Gustav Schwab, Warenhagen und natürlich die beiden Herausgeber. Auch die Hamburger Freundinnen Rosa Maria und Amalia wurden aufgenommen, letztere sogar mit vier Gedichten. Die romantische Poetik war im Gegensatz zu der der Weimarer Klassiker ausgesprochen demokratisch. Während Goethe und Schiller an einer immer diffizileren, elaborierteren Ästhetik feilten und den Dilettanten in ihrem Briefwechsel geradezu zum Feindbild erklärt hatten, um die Kunst zu einem Arcanum zu machen, das nur den wenigen Berufenden zugänglich war, verstanden die Romantiker die Poesie als eine Kraft, die im Grunde jedem inne wohnte und nur durch das richtige Zauberwort befreit werden muss. Ich glaube, schreibt er nach Uland, dass unser Almanach zum Beweise dienen könnte, dass die Poesie nicht bloß gewissen großen Namen und kunstfertigen Leuten in Deutschland als Monopol angehört, sondern dass sie eine Gottesgabe ist, die in gar manchen deutschen Herzen wohnt, nur dass nicht jeder ein Gewerbe daraus macht. In diesem Sinne hält er es auch mit redaktionellen Eingriffen. Zitat, Amaliens Sprache und Sänger werden dem Almanach wohl anstehen. Das Erste ist durch den ersten Vers etwas unklar, wohl nicht durch Sinn und Gefühl, aber durch die Worte. Doch würde ich nichts verändern, auch nicht einmal einige Härten, die sich leicht ändern ließen. Es blieb den praktischer veranlagten Warnhagen überlassen, die enthusiastischen Herausgeber auf gewisse objektive Notwendigkeiten und gesellschaftliche Hemmschwellen hinzuweisen, über die auch der freieste romantische Geist nicht hinwegsehen konnte. Zitat, Lass mich dir eines sagen, geliebter Freund, setze nicht Amalias vollen Namen unter ihre Beiträge in dein Taschenbuch, obgleich sie es zu wollen scheint. Schone sie, denn kein Mädchen, das abhängig leben muss, wird darüber ohne Reue bleiben. Die Welt ist dumm, und das Dumme regiert in Gestalt des Reichtums und des Ansehens. Das liebe Kind möge doch keine bittere Regung empfinden wegen dieser Schmerzens- und Sehnsuchtsblüten. Zweifellos spielt Warnhagen auf den Hamburger Geldadel an, in dessen Kreisen Amalia sich als Hauslehrerin verdingen musste und der auf poetische Herzensergüsse nur mit Spott und Unverständnis reagiert hätte. Im poetischen Allmannach sind ihre Gedichte denn auch nur mit Amalia unterzeichnet. Amalia selbst hat später gesagt, dass ihr diese ersten Veröffentlichungen im Umkreis der schwäbischen Romantik, Zitat, eine unendliche und eine weit größere Freude gewährten, als alle die zahllosen Bände zusammen, die sie nachher von einer fast quälenden Produktivität getrieben, schrieb und ins Publikum schickte. Der romantische Sommer 1809 hatte sie in die Literatur eingeführt, aber es sollte noch Jahre dauern, ehe aus dieser Zufallsbekanntschaft eine feste Verbindung und aus der Gelegenheitsdichterin eine Berufsschriftstellerin geworden war. Amalias Versuch, sich 1819 mit einer Privatschule selbstständig zu machen, war gescheitert und ließ sie mit nichts als Schulden zurück, ebenso wie ihre Ehe gescheitert war und sie vor die Notwendigkeit stellte, sich und ihre drei Söhne zu ernähren. Sie richtete einen verzweifelten Brief an Kerner mit der Bitte, ihren Schwaben eine Stellung zu verschaffen, aber Kerner, der inzwischen seinen Rickele geheiratet hatte und als Amtsarzt in Weinsberg installiert war, konnte oder wollte ihr nicht helfen. Bisher war literarische Tätigkeit für Amalia nur eine Liebhaberei gewesen, ganz im Sinne des romantischen Singe, wem Gesang gegeben. Jetzt, seit dem Jahr 1820, gezwungen durch ihre finanzielle Situation, beginnen sie systematisch damit, sich eine Karriere als Schriftstellerin aufzubauen. Der erste Schritt dazu ist, Kontakte zu den angesehensten literarischen Zeitschriften zu knüpfen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschien eine Fülle neuer literarisch-kultureller Zeitschriften, teils sehr kurzlebige, teils solche, die über Jahrzehnte hin existierten, wie zum Beispiel das Morgenblatt für gebildete Stände, das von 1867 bis 1865 existierte und die in direkter Konkurrenz dazu geplante Dresdner Abendzeitung, latinisiert Vespertina genannt, von 1817 bis 1857 erscheinend. Diese neuen Zeitschriften hatten einen ständigen Bedarf an Textmaterial, boten Autoren neue Verdienstmöglichkeiten und halfen so, den Beruf des freien Schriftstellers zu etablieren. Aus schreibenden Frauen eröffneten sich dadurch neue Wege, die ihnen andernfalls wohl noch lange verschlossen geblieben wären. Eine Zeitung wie das Morgenblatt erschien täglich außer Sonntags mit vier Seiten, von denen zweieinhalb bis drei Seiten Gedichte, Erzählungen und kulturhistorische Aufsätze boten, während der Rest mit Korrespondenznachrichten aufgefüllt wurde, die schon durch die kleinere Schrifttype als weniger wichtig gekennzeichnet waren. Diese Korrespondenzen berichteten aus der jeweils einer Stadt über Themen aus Kultur, Wissenschaft, Handel und Wandel, festen, prominenten Persönlichkeiten und kurioser aller Art. Ein journalistischer Mischmasch, der alles außer Politik enthielt. Politische Blätter brauchen eine besondere Lizenz und unterstanden besonderer, besonders scharfer Zensur. Sie, diese Korrespondenzen, waren bei den Autoren nicht beliebt. Sicher dienen aber zumindest ein einigermaßen regelmäßiges Einkommen. Auch Amalia begann mit solchen Korrespondenzen, war aber im Laufe der Zeit bemüht, davon abzukommen. Denn erstens war es mehr eine kompilatorische Fleißarbeit als literarische Tätigkeit. Zweitens war journalistisches Arbeiten unter den Bedingungen einer strikten Zensur kein Vergnügen. Und drittens war es nicht so gut bezahlt wie belletristische Beiträge. So arbeitete sie sich dann allmählich hoch, zu längeren Erzählungen in Zeitschriften, Almanachen und Taschenbüchern, bis hin zu selbstständigen Buchpublikationen. 1823 erschien die erste Jugendschrift, 1824 der erste Roman. Zitat aus seinem Brief. Bald meine Teure hoffe ich, mich von den Korrespondenzarbeiten ganz freigemacht zu haben. Sie ekeln mich an, aber noch muss ich das Joch tragen. Wenn mein Roman Glück macht, schreibe ich nichts anderes mehr. Ein Dutzend liegen schon in meinem Kopf für fertig. Ein zweiter in zwei Teilen ist bis auf wenige Bogen auch schon geschrieben. Und ein dritter drängt und treibt mich so, dass ich fast nicht davor schlafen kann. Damit beginnt eine unaufhörliche literarische Tätigkeit, die über das nächste Vierteljahrhundert hinweg Buch um Buch hervorbringt. Romane, Erzählungen, Kinderfiebeln, Jugendschriften, Sachbücher und Ratgeber, dazu Mitarbeit an einigen Dutzend Periodiker, sowie die Herausgabe zweier eigener Zeitschriften, der Neuen Pariser Modeblätter von 1827 bis 1845 und der Iduna von 1831 bis 1837. Und bald konnte sie mit berechtigtem Stolz darauf verweisen, ihre Familie allein mit dem Ertrag ihrer Schriften zu ernähren. Die Literatur von Frauen nahm in dieser Zeit einen großen Aufschwung, bedingt einerseits durch den Lesehunger des Publikums, der von männlichen Schriftstellern allein nicht mehr zu sättigen war und durch neue Publikationsmöglichkeiten andererseits sie dadurch entstanden. Und da weibliche Leser ihre Lektürebedürfnisse eher durch Schriftstellerinnen befriedigt sahen, konnten diese nun auch freier auftreten. Die Autorinnen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts wie Sophie von La Roche, Dorothea Schlegel oder Benedikte Norbert hatten noch weitgehend Pseudonym oder Anonym veröffentlicht und waren oft auf die Produktion männlicher Kollegen angewiesen. Amalia Schoppe gehörte zur ersten Generation von Schriftstellerinnen, die unter vollem Namen publizierten und keine Empfehlungsschreiben männlicherseits mehr brauchten, um Verleger zu finden. Andererseits war und blieb die Frauenstiftstellerin, die Schriftstellerei des ganzen 19. Jahrhunderts hindurch eine Art Ghetto, ein Bereich der Literatur, der von vornherein als minderwertig betrachtet wurde und in dem die Gesetze der Ästhetik und Kritik nur eingeschränkt gelten. Selbst das Lob, sie schreibt gut, beinhaltete ungesagt immer den Zusatz für eine Frau. Justinus Kerner etwa machte keinen Hehl daraus, dass er keins von Amalias Büchern gelesen hatte und bemerkte gönnerhaft, die 200 Bände, die sie schon geschrieben hat, muss man ihr nicht übel nehmen, zumal sie dadurch das Kochen nicht verlernte. Dass sich solche nicht nur allgemein, sondern auch von Freunden offen geäußerten Ansichten natürlich ungünstig auf das eigene Selbstbewusstsein auswirken, kann man sich denken. Und so findet man bei Amalia ein ständiges Schwanken zwischen dem Stolz auf das geleistete und dem demütigenden Gefühl, minderwertige Arbeit in einer minderwertigen Gattung zu leisten. Zitat Deine Freundin ist nun einmal im Gange und, wie die Bücherverleiher sagen, eine Lieblingsschriftstellerin der lesenden Frauenwelt. Das will leider aber sehr wenig sagen, denn schriebe sie gut, so würden die Männer es auch lesen mögen. Aber es wird ja so viel Papier mit Tinte und Druckschwärze beschmutzt. Warum sollte ich denn nicht die Vorteile genießen, die mir die Gunst der Lesewelt gewährt? Und die Kinder müssen doch auch Brot haben. Dass die Romane der Amalia Schoppe billige Unterhaltungsware sind, die erkennbar mit der heißen Nadel zusammengestreckt wurden, ist unbezweifelbar richtig. Lies man dagegen ihre deutlich besser geschriebenen Briefe und dann fragt man sich, warum sie die Fähigkeiten, die sie hier zeigt, nicht auch in ihren Büchern einzusetzen vermochte. Warum also Wollen und Können so deutlich auseinanderklappt? Die Antwort liegt wohl in den Zwängen, die der Frauenschriftstellerin auferlegt waren, nicht nur dem Zwang unterhaltsam, sondern auch dem, wie eine Frau, schreiben zu müssen. Sie versuchte, dieser Falle zu entkommen, indem sie gelegentlich unter männlichen Pseudonym veröffentlichte und amüsierte sich dann köstlich, wenn sie als Mann gelobt wurde. Zitat, wie in der Cornelia, in der ich als Adalbert von Schonen, Julius von Meerheim und in 1839 jetzt auch als Curio herumspuke, wünsche ich, als Alexander von W. in der Penelope zu figurieren. Denn Herr Wolfgang Menzel, der damalige Kritikerpapst des Morgenblattes, will ja nichts gut finden, was Frauen geschrieben haben. Und als Mann hat er mich immer ganz vorzüglich gelobt. Er hat es Adalbert von Schonen als Muster aufgestellt. Das gibt er nun nach Jahr und Tag einen herrlichen Spaß. Und ich treibe fröhlich mein Wesen unter allerlei Marken fort. Am Ende ihrer schriftstellerischen Karriere stellt sie jedoch in dem Bewusstsein, den Normen der Unterhaltungsliteratur mehr gehorcht zu haben als ihren eigentlichen Talenten und Fähigkeiten, eine durchaus bittere Bilanz. Zitat, Was das, was ich literarisch geschaffen habe, wert ist, weiß ich besser als irgendeiner. Für die Welt gar nichts. An Ideen fehlte es mir nicht. Noch weniger eine Erfindungsgabe. Aber es erging mir wie dem uhlanschen Schäfer auf das Königsgrabe. Ich konnte nie über die erste Strophe hinaus. Es ist dieser Mangel, so tief in meinem innersten Wesen, in meiner unüberwindlichen Schüchternheit begründet, dass ich, wenn ich das Beste und Gescheiteste denke, es doch aus Furcht nicht niederzuschreiben wage, dass es Abgeschmacktheiten sein könnten. Tausendmal begegnet es mir, zum Beispiel bei den Schriften de Saint, Georges Saint, dass ich mir sage, das hast du ja auch ebenso empfunden und gedacht. Weshalb schriebst du es denn nicht? So habe ich das seltsame Schicksal erleben müssen, bei einer seltenen Kraft der Fantasie und Erfindungsgabe und einem sehr gereiften, kritischen Verstande, außerdem im Besitz aller technischen Mittel und voll Sinn für die wirklichen Schönheiten anderer Autoren für den lesenden Plebs zu schreiben. Oder, um es noch einmal in den Worten Odilia Assings aus diesem schon zitierten Nachruf zu sagen, keines ihrer Werke kann jedoch für einen einigermaßen vollständigen Ausdruck ihres Wesens gelten oder nur eine richtige Vorstellung desselben erwecken. Zu Beginn der 1840er Jahre häuften sich in Amalias Leben die Schicksalsschläge. Schon der Tod ihres ältesten Sohnes Karl, der in der Neujahrsnacht 1833 mit 19 Jahren in der galoppierenden Schwindsucht starb, hatte das Fundament ihres Lebens stark erschüttert. Es folgte einige Jahre später der Bruch mit ihrem zweiten Sohn Julius, der ein haltloses Lotterleben führte und schließlich nach Java verschwand, wo er 1847 an einem Fieber starb. Ihre Freundin Rosa Maria Assing stirbt am 22. Januar 1840 und der Versuch, den untröstlichen Witwer zu drösten, erweist sich als vergeblich. Zitat Er kommt fast täglich zu mir heraus, dann weinen wir miteinander. Was sollten wir sonst tun? Der völlig gebrochene Assing lebt oder vielmehr vegetiert noch zwei Jahre, ehe er seiner Frau nachstirbt. Der Streit mit Heppel erscheint in diesem Zusammenhang fast wie eine Bagatelle, aber auf jeden Fall nicht mehr als ein Tropfen im Leidenskelch. Der Umzug nach Jena im April 1842, wenige Wochen vor dem großen Hamburger Brand, war dann auch mehr eine Flucht vor den Problemen in Hamburg. Zunächst ergeht es ihr sehr gut. Sie wohnt im Hause Luise von Knebels, der Witwe von Goethes, Urfreund Karl Ludwig von Knebel, hat Umgang mit Schillers Schwägerin Caroline von Wollzogen und mit den Professoren der Jena-Universität. Und ihr Drama Donatin wird 1844 am Weimarer Hoftheater aufgeführt. Doch dem Unglück kann man nicht davonlaufen. 1843 sterben kurz nacheinander ihre Mutter und ihre engste Freundin, die Schriftstellerin Lina Reinhardt, beide von ihr bis zum Ende gepflegt. Dann kommt 1844 die Nachricht, dass ihr jüngster Sohn Alfons in Hamburg wegen Unterschlagungen verhaftet wurde. Der Sohn einer der bekanntesten Jugendschriftstellerinnen Deutschlands ein Verbrecher. Die Nachricht geht durch alle Zeitungen und erreicht auf diese Weise sogar Hebbel in Paris. Zitat, eben hatte ich in der Maria Magdalena ein fürchterliches Familienzerwürfnis dargestellt und nun musste sie es im gesteigerten Grade erleben. Amalia selbst ist am Boden zerstört. Ich bin auf einen verlorenen Posten gestellt worden, bin von Gefahren und Schmerzen umdrängt. Die Blüten und Blätter meines Lebensbaumes sind versenkt. Verdorrt vom Winde zur Erde geweht, klagt sie Justinus Kerner. Dieser lädt sie in sein Haus nach Weinsberg ein und sie reist im Mai 1844 dorthin, um im Kreise der alten Freunde Trost und Frieden zu finden. Stattdessen trifft sie auf eine völlig zerstrittene Familie und ein Dichterhaus im Ausnahmezustand. Gerade hatte man entdeckt, dass Kerners Sohn Theowald eine Affäre mit der Frau des württembergischen Kriegsministers, des Barons von Hügel, hatte. Diese Marie von Hügel war ein bevorzugtes Mitglied des Weinsberger Kreises gewesen und dort unter dem Kosenamen das Wickelkind bekannt, was sie aber offensichtlich nicht mehr war. Seine Schwiegersöhne bestürmten Kerner, die beiden Sünder zu verstoßen. Anscheinend fürchteten sie um Kerners Einfluss am württembergischen Hof. Und wie es in solchen Fällen immer ist, fühlten sich auch noch viele andere aus Kerners weitläufigen Freundes- und Bekanntenkreis berufen, Salz in die Wunden zu streuen, sodass das sonst in ganz Deutschland für seine idyllische schwäbische Gastlichkeit und Gemütlichkeit berühmte Kernerhaus momentan eher einem Wespennestlich. Man sollte meinen, dass die innerlich erschöpfte Amalia dieses Haus der Zwietraft sofort geflohen wäre. Aber anscheinend waren die Probleme anderer genau das Mittel, das sie brauchte, um die eigenen zu vergessen. Wäre dies einer ihrer eigenen Romane gewesen, hätten die Liebenden sich in lebenslanger Reue und stille Entsagung üben müssen, möglichst an einem abgelegenen Ort weit ab von allen Menschen. In der Realität ging sie aber sehr viel pragmatischer vor. Zitat, Mein Aufenthalt zu Weinsberg wurde besonders dadurch zum Segen für uns alle, dass es mir gelang, Frieden zwischen Theobald, seiner Geliebten, der Frau von Hügel und seinen Geschwistern zu stiften, zu welchem Zwecke ich von Weinsberg aus mehrere Reisen machen musste. Ich fand alles in der heillosesten Verwirrung und sowohl Eltern als Kinder völlig ratlos und so gegeneinander aufgebracht, dass die Verwirrung nicht zu lösen schien. Trotzdem glückte mir das und alle erfreuen sich jetzt der schönsten Ruhe und eines würdigen Glücks. Man nennt mich dort die Herzensdiplomatin, ein Titel, der mir Freude macht. Justinus Kerner war damals vor allem durch zwei Dinge deutschlandweit bekannt. Zum einen durch die wirklich einzigartige Gastfreiheit seines Hauses, das fast allen Dichtern und Intellektuellen dieser Zeit wenigstens einmal Quartier gewährt hat. Zum anderen durch die okkultistischen Forschungen des Hausherrn, der sich mit magnetischen Kuren, Tischerücken und der Geisterwelt im Allgemeinen beschäftigte und 1829 mit der Sieherin von Przeworst, eines der frühen Hauptwerke der Parapsychologie, veröffentlicht hatte. Amalia andererseits hatte in ihrer Jugend zwar auch das romantische Interesse an den Nachtzeiten der Natur geteilt, war aber im Kern durch aufgeklärte Rationalistin und allen Spielarten des Mystizismus abholt, was ihr den Aufenthalt in Weinsberg dann auch etwas verleidete. Zitat, Er, Kerner, wollte, ich sollte für immer bei ihm bleiben. Allein Weinsberg ist ein finsteres, abscheuliches Nest, voller Kretens, Simpel und Hexen. Ich möchte dort trotz der Eroshafen im Turm nicht begraben liegen. Oft fasste ich nach meinem Verstande, um zu erforschen, ob er mir nicht abhandengekommen wäre. Stattdessen kehrte sie 1845 nach Hamburg zurück und versöhnte sich wieder mit ihrem Sohn Alfons. Dennoch bis 1850 in Haft blieb. In diesen Jahren, unmittelbar vor der Märzrevolution von 1848, werden ihre Briefe im Stil deutlich realistischer, im Tonfall spöttischer und sarkastischer, im Inhalt politischer. Als dann im März 1848 revolutionäre Ereignisse ganz Deutschland erschütterten, fühlte sie sich ganz in ihrem Element. Noch im März beginnt sie wieder ihre Korrespondenzen für das Morgenblatt und schreibt laufend über die politischen Ereignisse in Hamburg. Wobei sie ihre demokratische Position auch dann noch beibehält, als 1849 die revolutionäre Bewegung allgemein auf dem Rückzug ist und andere Korrespondenten schon jubelnd die Reaktion begrüßen. Mit dem Erzreaktionieren Kerner kam es darüber fast zum Bruch, als diese 1848 Hamburg besuchte. Im Laufe des Sommers besuchte mich mein Justinus Kerner mit seinem Rickle. Er machte aber in seiner Verwitterung und Devotion vor Adel und Fürstlichkeit einen traurigen Eindruck auf mich. Die neue Zeit mit allem, was sie der Menschheit gebracht hat und noch bringen wird, ist ihm ein Gräuel. Er dichtet Loblieder auf den Erzherzog Johann auf Radecki und Windisch-Gretz und erklärte alle Liberale für Lumpehunde. Er stand wie ein unerlösbares Rätsel vor mir und an eine Verständigung war zwischen uns nicht zu denken. Auch schwieg ich gänzlich und ließ ihn schelten und schwatzen. Ein solcher Vater hat nun einen ganz demokratischen Sohn, der sich sogar nach Zeitungsnachrichten dem stufischen Zuge angeschlossen. Auch weinte Kerner bitter über diesen Sohn und sagte, der Thiobald ist eben ein solcher Revolutionsnarrer wie du, womit er mir überdies zu nahe tritt, da ich mich zwar zu den Liberalen, aber nicht zu der, die Republik er tut, pries, also um ihren Preis, erstrebenden zähle, eben weil ich weiß, dass Deutschland noch nicht reif genug dafür ist. In früheren Zeiten hatte er sich manchmal gewünscht, den Weiberrock abzulegen und aller Christine von Schweden mit Sporen und Reitgärte einherzutraben, um mit diesem und jenem anzubinden. Letzten Endes war sie vor einer so radikal emanzipatorischen Haltung immer zurückgeschreckt und sah auch in der Revolution die Rolle der Frauen darauf beschränkt, bestenfalls hinter den Kulissen tätig zu werden. Zitat, gleich den Westalinnen sollen wir Frauen das heilige Feuer der Freiheit in verschlossenen Tempeln hüten, nicht auf oft im Markte uns den Blicken des Pöbels preisgeben. Nach dem Scheitern der Revolution war ihre Energie aber keineswegs erschöpft. Sie schloss sich dem Frauenverein für Armenpflege und ihrer Gründerin Charlotte Paulsen an, nach der heute noch ein Gymnasium in Hamburg-Wandsberg benannt ist, war mit an den Planungen für die Hochschule für das weibliche Geschlecht beteiligt, ein damals einzigartiges Projekt einer höheren weiblichen Bildungsanstalt, das nur kurz bestand, aber eine Pilotfunktion für die Zukunft hatte und beteiligte sich eifrig unter eigenem körperlichen Einsatz an allen philanthropischen Bestrebungen des Vereins. Zitat, wir vergeuden keine Zeit, wir haben den Putze der großen Gesellschaft, jeder Tendeleien sagt, um unseren Menschenbrüdern unsere Dienste weihen zu können. So würden Sie mich, eine den Sechzigern nahe Frau, als Armenpflegerin eines eine halbe Stunde umfassenden Distrikts, jedem Wetter trotzend, gewiss mit Freuden in die Höhle der Armut, des Lasters selbst, gehen sehen, um Trost, Hilfe, Rettung daran zu bringen, wo in sich vielleicht Männer kaum wagen würden. Und der Segen bleibt nicht aus. Andere aber unter uns tun noch viel mehr, bringen sogar einen bedeutenden Teil ihres Vermögens der Menschenliebe zum Opfer dar. Im Herbst 1850 wird Alfons Schoppe aus der Haft entlassen und besteigt das erste Schiff nach Amerika, um dort ein neues Leben zu beginnen. Ein Dreivierteljahr später folgt seine Mutter ihm nach. Ihre Reisebegleiterin ist Charlotte Pausen, die allerdings nur auf kurze Zeit nach Amerika geht und bald wieder nach Hamburg zurückkehrt. Amalia bleibt noch eine Zeit lang in New York. Von dort schreibt sie, Ihnen von der Größe und dem Gewühle und Getreibe der Stadt New York einen nur ungefähren Begriff zu geben, würde mir nicht möglich sein. Die Stadt ist so groß, dass man 16 bis 20 englische Meilen fahren kann, ohne ihre äußersten Enden erreicht zu haben. Auch fährt man mit einer Eisenbahn von einem Ende zum anderen. Die Vorstadt Brooklyn ist allein so groß wie ganz Hamburg mit seinen Vorstädten und die hat jetzt 180.000 Einwohner. Die Stadt New York selbst zählt schon über eine Million. Denken Sie sich, dass über 1.000 Omnibusse, Pferde-Omnibusse natürlich, und über 10.000 mit Pferden bespannte Karren beständig in Bewegung sind. Außerdem gehen Eisenbahnen und Fahrgelegenheiten nach allen umliegenden Städten und Gegenden stündlich von hier an. Den Hafen mit seinen Schiffskolossen kann man sich nur vorstellen, nachdem man ihn gesehen hat. Er enthält mehr Dampfschiffe als der Hamburger Hafen Schiffe überhaupt. Und jene sind so groß, das sie an 1.000 bis 1.800 Auswanderer zur Zeit bringen. Es landen hier während der Sommermonate wöchentlich im Durchschnitt 50.000 Einwanderer, wovon immer ein Teil hier bleibt. Soweit also Amalia aus New York. Von New York zog sie bald darauf mit ihrem Sohn nach Schenectady, im Staat der New York, verkehrte mit den Professoren des dortigen Union College und bildete einen Kreis befreundeter Frauen um sich, denen sie, um sich etwas dazu zu verdienen, Unterricht in Deutsch und Französisch gab. Bei ihrer Beerdigung geht der Präsident des Union College Eliphalet Not die Traueransprache. Ihre Freunde und Schülerinnen errichteten ja nach ihrem Tod einen Grabstein, auf dessen Rückseite das Epitaph zu lesen ist, das Hebel auf deren Bitten einsandte. Wie von den einzelnen Mühen und Lasten des Lebens im Schlummer, ruht sie vom Leben selbst endlich im Tode sich aus. Nur wenige Tage nach Amalia am 10. Oktober 1858 starb in Berlin Karl-August Farnhagen. Seine Nichte Ludmilla Assing, die seit dem Tod ihres Vaters seinen Haushalt geführt hatte, schrieb an Kerner, sehr betrübt hat mich auch die Nachricht von dem Tode unserer lieben Amalia Schoppe. Wie schwinden die teuren, trauten Gestalten so unwiederbringlich dahin. In unserer Erinnerung wollen wir sie alle bewahren und wo wir sind, sollen sie immer mit uns sein. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020